hallo liebe leute hier habe ich ein buch meiner allerersten tiere für meine enkeling gekauft dieses buch ist sehr 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 schön sehr schöne hochglanz bilder sind drin also sehr sehr farbig für kleine kinder wo die gleich hinschauen ist sehr sehr gut verarbeitet das buch ist sehr sehr dick eigentlich und in hochglanzpapier ist es auch noch und es ist sehr stabil also wird nicht so leicht kaputt gehen und da kann man schon mal ein kind bisschen rum knabbern dran dass es nicht so schnell wieder kaputt geht oder abreißt also ich finde das buch sehr 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 schön meine enkelin hat es auch angeschaut und sie schaut immer wieder immer wieder an sie nimmt es immer wieder in die hand sie lässt es gar nicht mehr los und es gefällt dir auch sehr 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 schön also ich kann das produkt nur mit fünf sternen bewerten also wenig ist es nicht eher viel viel mehr also es ist ein top produkt preis leistungs verhältnis also sehr schön sehr gut ich kann das nur empfehlen